In diesem Video wird der Wellencharakter von Elektronen anschaulich erklärt, ein Phänomen, das sich eindrucksvoll mithilfe einer Elektronenbeugungsröhre demonstrieren lässt. Zunächst zeigen wir den Aufbau des Experiments. Ein Heizdraht ist an eine Heizspannung angeschlossen, umgeben von einer Ringkathode, die mit dem Minuspol einer Spannungsquelle verbunden ist. Die gegenüberliegende Ringanode ist mit dem Pluspol derselben Spannungsquelle verbunden und hinter ihr befindet sich eine hauchdünne Graphitfolie. Wenn Strom durch den Heizdraht fließt, werden aufgrund des glühelektrischen Effekts Elektronen freigesetzt. Bisher haben wir diese Elektronen als kleine blaue Kugeln dargestellt, doch um die Beobachtungen des Experiments zu verstehen, müssen wir sie als Wellen betrachten. Die freigesetzten Elektronen werden zur positiv geladenen Ringanode hin beschleunigt und durchqueren anschließend die Graphitfolie. Diese besteht aus zahlreichen winzigen Mikrokristallen, die zufällig in verschiedene Richtungen orientiert sind. Manche liegen so in der Folie, manche so und so weiter. Innerhalb eines Mikrokristalls sind die Atome so angeordnet, dass ein paar von ihnen folgende mit den gelben Linien markierten Netzebenen bilden. Diese Netzebenen haben alle den Abstand d1. Diese Atome wiederum bilden eine andere Netzebene mit jeweils dem Abstand von d2. Wir betrachten nun genauer, wie Elektronen auf diese Netzebenen treffen. Beginnen wir mit den Netzebenen, die einen Abstand von d2 besitzen und drehen wir den Mikrokristall ein wenig. Bei einem bestimmten Winkel treffen die Elektronen folgendermaßen auf zwei übereinander liegenden Netzebenen. Das obere Elektron trifft als erstes auf das Atom, an dem es gestreut wird. Das untere Elektron ist in diesem Moment noch ein wenig von seinem Atom entfernt, an dem es gestreut wird. Wir kennen das bereits von der Breck-Reflexion und der Breck-Bedingung. Nur wenn der zusätzliche Weg, den das untere Elektron zurücklegen muss, hier als rote Linien eingezeichnet, ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge des Elektrons ist, so kommt es zu konstruktiver Interferenz. Dies führt dazu, dass die Elektronen in Phase bleiben und die fluoreszierende Schicht, auf die sie treffen, zum Leuchten bringen, sichtbar als grünes Licht. Es gibt jedoch auch Minikristalle, die so in der Graphitfolie ausgerichtet sind, dass das Ganze auch mit Elektronen passiert, die nach unten rechts abgelenkt werden. Daher wird auch unten rechts die fluoreszierende Schicht zum Leuchten angeregt. Da die Mikrokristalle in der Graphitfolie in alle möglichen Richtungen zeigen, tritt diese Interferenz auch in allen drei Dimensionen auf, also auch in die Richtung in den Bildschirm hinein und raus. Daher bildet sich ein grün leuchtender Ring. Jetzt gibt es aber auch Mikrokristalle, die in einem anderen Winkel zu den ankommenden Elektronen ausgerichtet sind. Das kann dazu führen, dass Elektronen an benachbarten Netzebenen so gestreut werden, dass der Wegunterschied dafür sorgt, dass die Elektronen sich nicht in Phase befinden. So kommt es zu destruktiver Interferenz und die auf die fluoreszierende Schicht treffenden Elektronen löschen sich gegenseitig aus. Dadurch leuchtet die fluoreszierende Schicht an diesen Stellen nicht. Wenn wir die Netzebenen mit dem Abstand D1 betrachten, beobachten wir einen ähnlichen Effekt. Allerdings entsteht hier ein zweiter, kleinerer Leuchtring, da die konstruktive Interferenz unter einem anderen Winkel erfolgt. In der Mitte der Ringe erscheint ein leuchtender Punkt, der durch Elektronen entsteht, die ungebeugt geradeaus durch die Graphitfolie fliegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der äußere Ring durch die Breckreflexion an Netzebenen mit dem Abstand D2 und der innere Ring durch Reflexion an Netzebenen mit dem Abstand D1 entsteht. Diese Interferenz muss da bestätigen, dass Elektronen nicht nur Teilchen, sondern auch Welleneigenschaften besitzen. Untertitelung des ZDF, 2020